ja meine sehr verehrten damen und herren mein name ist alexander lasch und ich freue mich dass ich mit ihnen in diesem semester das seminar barrierefreie kommunikation gestalten kann wundern sie sich bitte nicht eines der zentralen kriterien für barrierefreie kommunikation ist dass unter anderem studierenden menschen andere menschen mit hörbeeinträchtigungen die möglichkeit haben in einem live untertitel das mitzulesen was ich gerade sage das gehört schon mit zum konzept ignorieren sie bitte im live ticker und im live untertitel fehler die entstehen dadurch dass ich keine satzzeichen ansage kommen aber kommen das wünschen sie sich wirklich nicht punkt es wäre möglich aber das werde ich unterlassen also herzlich willkommen zum seminar barrierefreie kommunikation das in dieser woche startet ich freue mich sehr dass ich mit ihnen heute ganz kurz die tool zu die planung durchgehen kann für das seminar denn in der ersten sitzung selbst werden wir uns vor allen dingen damit beschäftigen wie wir das seminar gemeinsam gestalten und unter den besonderen bedingungen der digital gestützten lehre in diesem semester umsetzen denn üblicherweise ist das seminar zur barrierefreien kommunikation ein service learning seminar in dem studierende also sie mit menschen mit einer kognitiven beeinträchtigung gemeinsam einen gegenstand bearbeiten erarbeiten und neben individuellen zielen auch ziele verfolgen die sie gemeinsam nur erreichen können und so ist zum beispiel in einem solchen seminar für barrierefreie kommunikation ein barrierefreier audio guide für die albrechtsburg meisten entstanden ich sage ihnen sicherlich nichts neues wenn ich ihnen verkündet dass das in diesem semester leider nicht der fall sein wird das heißt dass wir uns mehr oder weniger auf trocken übungen zurückziehen müssen nichtsdestotrotz besteht mit einem blick auf die planung die option dass wir vielleicht doch in präsenz zurückkehren können im verlauf des semesters zumindest in ein hybrides setting inwieweit dann überhaupt noch so etwas wie eine partizipative seminar gestaltung möglich ist die sehr viel zeit und sehr viel koordination und sehr viel arbeit erfordert das sei mal dahingestellt sie sehen jetzt im moment schon das miro board mit dem zum seminar mit dem ich mehr oder weniger ihre inhalte koordiniere und für sie ablege erkennbar am einheitlichen icon für das seminar und lassen sie mich mal mit ihnen gemeinsam einen blick auf die ersten wochen im semester werfen also bis pfingsten das ist hier rot markiert diese linie die wir jetzt in den ersten wochen absolvieren wie sie im einleitungsvideo zu allen thematischen lehrveranstaltungen gesehen haben dürften differenziere ich zwischen dem input einer input phase einer arbeitungsphase fragen der technischen unterstützung der präsentationsphase und dann gibt es eine organisatorische klammer in der befinden wir uns heute und in der nächsten woche starten wir mit einer arbeitungsphase die im wesentlichen sich mit den drei zentralen begriffen barrierefreiheit inklusion und partizipation auseinandersetzt werden uns dann mit dem konzept der leichten sprache beschäftigen dann mit dem konzept der verständnisorientierten kommunikation nach wer so und schlussendlich uns mit dem thema der partizipativen inklusiven lehre beschäftigen das heißt wenn viele von ihnen werden ins lehramt gehen und dort wird inklusion in den nächsten jahren eine zentrale rolle spielen der nächste block des seminars also sehen das ist ein bisschen von pfingsten geschnitten ist die arbeitungsphase in gruppen dazu sage ich nachher in der konferenz etwas und daneben möchte ich in dem seminar die möglichkeit geben sich skills drauf zu schaffen wie man sagen würde die sich mit der technischen repräsentation und digitalen repräsentation von präsentation von wissen auseinandersetzen das heißt sie haben in die möglichkeit die basics soll an was es bedeutet und wieder zu schneiden podcast zu produzieren und so weiter und so fort das zeige ich ihnen hängt aber von ihren bedarfen ab dann haben wir drittens eine präsentationsphase und geklammert wird das ganze wieder von einer zusammenfassung am ende des semesters für sie jetzt in der nächsten zeit wird vor allen dingen wichtig dass sie sich gedanken darüber machen welchen beitrag sie im seminar leisten wollen das können ganz unterschiedliche beiträge sein und wir werden gleich im seminar ihre ideen sammeln und zwar hier so dass wir das sortieren dass wir thematisch motivierte gruppenzusammensetzungen etablieren können und darauf freue ich mich sehr als ich muss den untertitel anlassen als thematischen einstieg für die sitzung heute würde ich sehr sehr gern die frage stellen an welcher stelle sie meinen dass inklusion sie ganz persönlich betrifft und dieses stimmungsbild würde ich gern mit ihnen jetzt im folgenden diskutieren ich freue mich sehr darauf bin gespannt auf ihre anregungen und für heute soll es mit diesem ganz kurzen input getan sein in den nächsten wochen wird es dann ein wenig mehr und deswegen verabschiede ich mich ganz herzlich bei ihnen ihr alexander lasch wir haben schon wieder ein wenig nach cotton abonniere und wieder aufzunehmen auf der gängige bisschen mehr auf das upsteht woche wird es dann хочешь aber nicht viel besser weil es eigentlich gibt es jetzt in der Cheryl, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 13, 14, heel